Datum mit Wochentag darstellen Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Datum inklusive Wochentag darzustellen. Schreiben Sie zum Beispiel das aktuelle Datum in Zelle A1. Die Formel lautet ist gleich heute öffnende Klammer schließende Klammer. Machen Sie einen Rechtsklick auf das Datum und wählen Sie Zellen formatieren. Im Register Zahlen klicken Sie auf Datum und suchen im Dropdown-Feld Gebietsschema nach Deutsch-Österreich. Hier finden Sie zwei Formate mit Wochentag. Wählen Sie eines aus. Sie können das Datum aber auch individuell, d.h. benutzerdefiniert, formatieren. Öffnen Sie per Rechtsklick und Auswahl von Zellen formatieren das Formatierungsfenster. Diesmal klicken Sie auf Benutzerdefiniert. Geben Sie folgendes ein. TTT Leerzeichen TT.MM.JJJJ und bestätigen Sie mit OK. Wenn Sie möchten, dass das Datum durch ein Komma vom Wochentag getrennt ist, dann setzen Sie nach den ersten drei T's ein Komma. Wenn das ja nicht vierstellig, sondern zweistellig sein soll, schreiben Sie nur zweimal J. Wenn das ja nicht vierstellig ist, dann setzen Sie mir weiter. Dann setzen Sie im Krieg.